aber ich muss gerade sagen wir sind hier echt mit glück geküsst so viel stein wie wir hier rauskriegen hatte ich lange nicht mehr dazu gibt es noch ein bisschen kohle ich bin schon gespannt wann fabian auf zwei beinen stehen kann also aus dem bett kommen kann so wie viel stein haben war 176 das ist nicht zu verachten aber eine ebene kann ich noch gehen so die schadenszenz ach komm ach so da oben habe ich ups das ist gut dass die dinge auch kohle geben kohle ist noch immer wertvoll so wertvoll wie eh und je ja gut dann gebe ich als chain heute nichts das ganze mein käse nur die guten steine da ja ich habe mittlerweile herausgefunden dass diese krummen steine am meisten stein geben was das hast du erst jetzt rausgeschoben ja ich bin auch kein scherlock so haben wir auch wieder was für emily mitgenomen können wir sagen ich habe nicht gedacht so hier irgendwo noch ein paar große steine ich bin einmal hier kohle nehme ich auch gern mit ich will nicht so lange hier unten bleiben dich nehme ich noch mit gold erz immer gern gesehen mine verlassen so wir haben noch eine sache die wir erledigen können das gibt es nicht ich mag diese abenteuerkilde nicht nie ist die da bin ich da bin naja was soll's ist ganz schön laut draußen fällt mir mal gerade auf jetzt wo es so leise ist verdammt ich hoffe das hört man jetzt nicht allzu zu sehr in der aufnahme oder am besten gar nicht so die roden wieder rein erz so dass du dich da rein schleim kommt nicht da rein 216 wenn wir noch einmal so eine gute tour erwischen dann sind wir durch da brauchen wir davon nichts mehr erz rein rote kiste ist für monster wir haben schon fast 200 schleim wir haben so viele leuchtringe ist ja gut ist ja gut ich gehe ja schon ist das nicht schön guckt mal wie viel erz da ist wunderbar und jeden tag um die dreitausend einfach mal so ohne pflanzen ohne pflanzen ich habe jetzt auch alles das eingesät was unendlich wiederkommt das heißt wir haben jede menge ruhe ich brauche nichts zu kaufen nur einer ich habe eine bleich grüne kerze angezündet und ein sprössling baby mince über fabian gewedelt das sollte gefährliche geister fernhalten na kleiner schläft ja immer noch so ich habe da was für dich soll ja keiner sagen dass ich kein gentleman wäre so so was schmeißen wir denn mal in den verbrennungsmotor brombeere orange die verarbeitung läuft auf vollen hohen ja was mache ich jetzt mit diesem sommersamen das ist die eine frage ich habe ehrlich gesagt keine ahnung ich tue die mal einfach hier mit rein ich weiß es wirklich nicht ich weiß nicht was ich damit machen soll weil gerade brauche ich es nicht wirklich na hundchen ich denke mal theoretisch können wir noch einmal in die mine gehen und dann sollten wir das vom stein her eigentlich haben nur theoretisch natürlich Daisy Bunny ach ja ich habe dir den lustigen namen gegeben Trixie und der eine heißt Bugs einfach mal so na just for fun kann man sich auf jeden Fall mal antreiben was wir hier ich bin mit dem was wir hier gebaut haben bin ich ganz zufrieden auch wenn ich hier jetzt gerade sehe dass der Zaun auseinander fällt was man gar nicht so gut bekommt so Enteneier immer da rein und nehmen wir die normale ich weiß nicht sind kleine gelbe Eier mehr wert als große silberne ich habe jetzt einfach mal die silberne im großen genommen ob das jetzt richtig war ich weiß es nicht so unsere Weinproduktion die ist in vollen Zügen aktiv bei mir gibt es nur den besten Stoff du hast heute nichts du schon du auch und du sowieso das läuft doch mehr als gut ist eigentlich nur ein Ablauf wie jeder andere ich glaube ich muss noch mal ein bisschen mehr Gras pflanzen das wird so ein bisschen zu bunt glaube ich außerdem müssen wir jetzt mal gucken was da auf der anderen Seite der Brücke ist theoretisch könnte ich da Bäume einpflanzen theoretisch könnte ich zu praktisch machen habe ich da oben eine kleine Baumfarm mache ich glaube ich auch mache ich da oben alles weg und dann setze ich da vier 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 so machen wir das das ist eine gute Idee vorher muss ich mir glaube ich noch ein paar Gras samen besorgen mache ich eins weg gebe ich Shane mal ein bisschen Mayonnaise wir wollen ja immer noch gut Kirschen haben mit dem so Mine müssen wir auch nochmal Hallöchen so was haben wir denn Weizen könnte ich demnächst auch mal angehen was wollte ich jetzt nochmal hier ach ja ich wollte Gras samen kaufen ich vergaß ich war vollkommen in Gedanken versunken mann 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 manchmal bin ich aber auch echt in Gedanken versunken arbeitet Shane heute? ja so die setze ich ins Gewächshaus dann haben wir nämlich Emilys Ding auch schon fertig soll ja keiner sagen dass ich mich hier nicht um irgendwas davon kümmern sollte so hier wäre dann alles fertig Verzauberer Hasenpfote habe ich Granat Apfel muss ich glaube ich noch Rührei könnte ich demnächst in Betracht ziehen Maki rollen Mohnen muss ich noch ich muss noch mal zu Pierre wenn's geht am besten heute willkommen auf der an alter was ist das das hört man noch gern oh das ist ja hier richtig das ist ja ein Wunderland hier da ist ja ein Wunderland zack das Gras das beziehungsweise um diese Baumstimme da kümmere ich mich später drum hepp hepp zack zack mal was anderes keine stickige Höhle sondern einfach nur frische Luft und trotzdem Stein fahren zack da der hat die ich hab noch mehr Iridiumerz bitte so erstmal hier alles wegholzen kaum bin ich drüben holzt sich schon direkt alles weg kann man die auch schade das wäre so geil gewesen hätte ich das gekonnt das hätte ich gefeiert dann hätte ich eine unendliche Steinmine die Frage ist ja kommt das Zeugs alles am nächsten Tag wieder wahrscheinlich nicht ob ich mein Glück kenne nicht weil hier ist auch verflucht viel was ist denn da oben eigentlich das gucken wir gleich mal an 132 schon also ich glaube das mit der Mine können wir uns sparen ah wir haben das Ding jetzt freigeschaltet so das gut wir haben fertig zumindest größtenteils ich probiere mal einfach was okay geht nicht schade wäre bestimmt gar nicht so schlecht gewesen aber wenn es nicht geht geht es nicht so wir brauchen noch ja Pierre hat jetzt zu ich brauche nur Mohn und Co oder was heißt Mohn und Co das meiste davon habe ich ja schon so Gewürzbeere ich bin gespannt was in der Presse daraus wird wird daraus ein paar edle Gewürze wenn ja das wäre echt cool Glück muss der Mensch haben noch mehr Glück ich kann das nicht einpflanzen verdammt ich kann es nicht einpflanzen ich habe die Hake nicht ich muss morgen mal gucken gehen ähm mir fehlt die Hake das war mein kleiner aber feiner Fehler oder was heißt kleiner feiner Fehler ist halt einfach so was heißt